Hallöchen, schon sind wir wieder dabei. Den ersten Torpedoangriff auf uns haben wir überlebt. Wir suchen den Kontakt Charlie, aber auch völlig falsch, wenn ich das hier richtig sehe. Die taktische Ansicht ist jetzt nicht so berauschend, ehrlich gesagt. Und irgendwie habe ich glaube ich einen Begleiter verloren, ohne dass ich es wirklich mitbekommen habe. Charlie fährt hier irgendwo mitten im Konvoi rum, den habe ich noch nicht gefunden. Mountie greift jetzt Abel an, den ich meiner Meinung nach versenkt habe. Jedenfalls laut Grafik war es ein Volltreffer und es waren auch Trümmer zu sehen. Und Antler ist verschwunden. Oder ich sehe ihn einfach jetzt hier nicht. Aber ich habe das Gefühl, Antler ist weg. Ach, der ist hier. Was macht der denn da unten? Sackgesicht. Ja, den kannst du direkt hier mal aufs Korn nehmen, Freund. Das ist ja alles schön und gut. Super. Ein Schiff ist weg, da hinten brennt's. Gucken mal, ob er da was... Surface radar has regained contact. Dog, Bearing, one, six, one, range, four thousand yards. Wo brennt's? We lost Red Oak, all ships. Manöver to avoid. Huh? Will das Spiel mich ärgern? Ah, ist schon nicht mehr zuerst brennt, aber kurz. Schnell gesunken wohl. Wir haben die Red Oak verloren. Hör auf. Ja, wo? Da läuft er. Ich sehe ihn. Hier kommt er. Ah, knappe Kiste, knappe Kiste. Ja, der läuft an uns vorbei, hoffentlich. Ich hoffe, der hat keinen Magnetzünder. Ansonsten. Knappe Kiste, knappe Kiste. Oh, nein. Tja. Was sagt die Kunst? Die Kunst sagt, das war ein Satz mit X. Das war wohl nix. Torpedo ausgewischen. Hier, Minimum, ihr Hempf. Ein U-Boot gesunken, also doch, Able. Oder Baker. Ach, ist egal. Das war nix. Das war nix. Das Spiel macht mich fertig. Das machen wir gleich nochmal. Das wird eine kurze Folge. Das wird eine sehr kurze Folge. Ich glaube, ich schneide die erste und die zweite Folge direkt zusammen. Und dann schauen wir mal, dass das weitergeht. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Das war. Das war es. Tschüss. Sch搖